Willkommen zur Künftiger Krypto Rentner zum heutigen Video. Die Karten für alle sind endlich da. Viel Spaß beim Schauen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit hast du es entweder schon mitbekommen oder die Mail gesehen, in der steht, dass die digitale Karte jetzt endlich für alle verfügbar ist. Das heißt, wenn du dich für ein Staking deiner Karte entschieden hast, dabei spielt es überhaupt keine Rolle, welche Stufe, dann kannst du diese jetzt offiziell nach einem kleinen Update von deiner App endlich aktivieren. Das heißt, du gehst in deinen App Store, der Google Play Store, ziehst dir die neueste Version der Hype.com App, gehst dann in die App und kannst dann im besten Fall deine Karte aktivieren. Falls du die KYC Stufe 2 noch nicht ausgeführt hast, dann musst du dies kurz machen. Das heißt, es kann sein, dass die ein Selfie von dir wollen, dass du nochmal deine Adresse bestätigen musst und deine E-Mail und Co. Wenn du das Ganze aber abgeschlossen hast, was innerhalb von wirklich 20 bis 30 Minuten auch bestätigt wird, kannst du endlich deine Karte hier nutzen. Falls das Ganze nicht bestätigt wird, dann wende dich gerne einmal an den Support im Telegram oder natürlich auch in der App und dann dürfte das sogar noch heute aktiviert sein und dann darfst du hoffentlich noch heute deine neue Karte nutzen. Und dann gibt es auch noch eine positive Nachricht. In meinem letzten Video habe ich ja erwähnt, dass das Ganze erstmal in der Beta-Phase ist, du keine Erträge bekommst und, und, und. Und jetzt ist es soweit, dass du sogar deinen Cashback bekommst. Das heißt, wenn du deine Karte endlich hast, auch wenn nur in der digitalen Version, dann kannst du jetzt deine Online-Käufe tätigen und bekommst die versprochenen Prozente, also je nach Karte, die Prozente, die dir eben zustehen. Ich habe es ausprobiert, es funktioniert. Das Einzige, was du beachten musst, du bekommst es nicht in deinen Ausgaben angezeigt, sondern du bekommst es in den Rewards angezeigt, also in deiner Crypto Wallet. Ist eine kleine Umstellung, macht nichts. Auch die Push-Benachrichtigungen funktionieren endlich für die Käufe. Also summa summarum läuft das Ganze langsam wirklich voran. Ich hoffe, ich konnte dir mit dem Video nochmal den 31.12. ein wenig versüßen. Falls du die Karte noch nicht hast, dann schnapp sie dir jetzt. Das Ganze ist aber selbstverständlich keine Anmelde- oder auch keine Anlageberatung. Wenn du das Ganze aber nutzen möchtest, findest du in der Videobeschreibung natürlich den Link, wo du dich anmelden kannst, denn aktuell funktioniert das nur mit Einladung oder du gibst einfach den Code CRYPTORENTNER ein und dann soll es auch gewesen sein. In dem Sinne noch einmal einen guten Rutsch und wir sehen uns spätestens nächstes Jahr wieder zum nächsten Video zukünftiger KryptoRentner. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.